Heute ist ein sehr besonderer Tag, denn ich habe das große Vergnügen euch unseren ersten komplett selbst entworfenen und entwickelten Zylinder vorzustellen. Dieser Zylinder ist auch noch für den vielleicht legendärsten Motor im Schaltrollerbereich und das Ganze in einer Bauform, die es so am Markt noch nicht gab. Es wird also spannend. Und das ist er also, unser neuer T5 Zylinder. 200 Kubik, dreiteiliger Auslass, geschraubter Flansch, 60 Millimeter Hub und vieles mehr. Aber der Reihe nach. Der T5 Motor gilt als der modernste Motor, den Piaggio je für die klassischen Wespen konstruiert hat. Deswegen ist er auch so beliebt. Leider ist er relativ selten. Deswegen gibt es weniger Tuning-Teile als zum Beispiel für PX-Motoren. Dabei ist er die perfekte Basis. Er hat sehr große Übersturmkanäle und eine sehr schöne, breite Kurbelwelle. Die Vespa T5 hat original einen Hubraum von 125 Kubik. Der Bauraum für Zylinder und für die Kurbelwelle bietet aber Plug-and-Play ausreichend Platz für 200 Kubik. Also haben wir unseren Zylinder so entwickelt, dass er dieses Potenzial voll ausnutzt. Nämlich mit einem mit einer Bohrung von 65 Millimeter und ein Hub von 60 Millimeter. Das bedeutet allerdings auch, man braucht eine spezielle Kurbelwelle mit 60 Millimeter Hub und 115 Millimeter Ploy. Denn bisher gab es so einen Zylinder nicht am Markt. Also man konnte Zylinder in der Range von 150 bis 175 Kubik für die Vespa T5 kaufen. Woran lag das? Ganz einfach, der T5 Motor ist nicht sonderlich häufig. Und wenn man 200 Kubik realisieren möchte, muss man Kurbelwelle und Zylinder tauschen. Also hat man die Zylinder für die Original-Kurbelwelle mit 52 Millimeter Hub ausgelegt. Wenn man jetzt aber eine Kurbelwelle mit 60 Millimeter Hub in so ein Zylinder bauen wollte, erstens gab es die nicht am Markt, man hätte irgendwie eine umbauen müssen. Und zweitens würde der Kolben dann viel zu weit oben aus dem Zylinder laufen. Man konnte also solche Motoren nicht bauen. Sowas gab es in der Vergangenheit nicht. Einige selbstgebaute Ausnahmen von einigen Tuningfirmen ausgenommen. Und deswegen war unser großes Ziel bei der Entwicklung endlich einen serienmäßigen Tuning Zylinder zu entwickeln, der diese 200 Kubik ausnutzt. Darüber hinaus wollten wir den Zylinder so wie er kommt, so entwickeln, dass man Plug & Play verbauen kann, ohne dass man irgendwas bearbeiten muss. Also er sollte einfach so auf den originalen T5 Motor passen, natürlich mit zugehöriger Welle, und in diesem Plug & Play Zustand ein besonders gutes, alltagstaugliches Setup bieten. Ich sollte damit schön ein Pass hochfahren können, eine Tour fahren können, aber auch jeden Tag zur Arbeit mit schönem Drehmoment, breiten Band und ohne dass viel kaputt geht dabei. Das Ganze natürlich möglichst leistungsstark. Aber es sollte noch ein weiteres Ziel verfolgt werden. Dieser Zylinder sollte das Potenzial für weitere Maßnahmen haben. Also wir wollten, dass man auf diesem Zylinder auch sehr leistungsstarke Motoren aufbauen kann, wenn man denn möchte. Und wie wir das Ganze umgesetzt haben, das schauen wir uns jetzt mal genau an. Zunächst erstmal begann die Entwicklung, wie jede Entwicklung beginnt. Wir haben diskutiert, viel diskutiert, dann gezeichnet, dann wieder diskutiert, dann wieder gezeichnet und dann kam das dabei raus. Dieser Zylinder hier, das ist der erste Prototyp, der ist aus dem 3D-Drucker in Aluminium. Der wurde auf einen komplett neuen Motor gebaut, auf dem Prüfstand getestet und wir waren auf Anhieb schon sehr zufrieden und trotzdem viele Detailverbesserungen gemacht, was die Kontur der Überströme anging, was bestimmte Wandstärken anging und so weiter. Nichtsdestotrotz haben wir diesen Zylinder mit dem neuen Motor zusammen in Nikos Roller gebaut und Niko ist damit Probe gefahren. Ungefähr 2500 Kilometer und dann kam dieser Zylinder, beziehungsweise nicht der, sondern der zweite Prototyp, der sieht exakt aus wie dieser. Mit dem ist Niko wieder weiter gefahren und wir haben auch festgestellt, dass wir die gleiche Leistung haben, obwohl wir Sicherheiten eingebaut haben in den Zylinder. Also waren wir damit auch sehr zufrieden und das Ganze war serienreif. Was genau haben wir also entwickelt? Fangen wir mal mit den Überströmern an. Der Zylinder hat, wie der T5 Zylinder original auch, fünf Überströmer. Wir hatten nur das Problem, der Zylinder sollte auf die Originalkontur der Überströmer im Gehäuse passen. Nur ein Original Zylinder hat 55 Millimeter Bohrung, der hier 65. Das bedeutet, die idealen Überströmer für diesen Zylinder mit der viel größeren Bohrung kommen da unten eigentlich an einem anderen Punkt an. Wir haben uns also überlegt, einen Kompromiss zu machen. Wir haben uns also entschieden, erst einmal die optimalen Überströmkanäle für genau diesen Zylinder zu entwickeln. Im zweiten Schritt haben wir unten an der Zylinderfußdichtfläche einen Übergang hin zu den originalen Überströmern im T5 Motorgehäuse geschaffen. Dieser Übergang lässt sich auch entfernen. Das macht natürlich nur Sinn, wenn man auch das Motorgehäuse bearbeiten möchte. So wie der Zylinder geformt ist, passt er auf die originale Kontur des Motorblocks. Wir haben aber Reserven eingebaut, die man zusätzlich entfernen kann, um einen optimalen Übergang zu schaffen. Und das zeige ich euch mal. Ich habe hier einen 3D-Druck vom unteren Teil der Überströmer. Und da sieht man, es hat die gleiche Form. Wenn ich das jetzt umdrehe, dieses Teil, dann sieht man, dass das hier unten so Kanten drin sind. Die kann man entfernen und hat dann noch mal größere Überströmer. Überströmer mit mehr Volumen. Das gleiche kann man, je nachdem welches Gehäuse man verwendet, Original T5 oder Pinasco, auch am Motorblock machen und da mehr Platz schaffen. Dadurch hat der Zylinder auch in dem Bereich noch einiges an Reserven. Für einen Motor, der so 20 bis 25 PS hat, reicht allerdings die Kontur, wie sie kommt, vollkommen aus und man merkt keinen Unterschied. Der Auslass ist dreiteilig ausgeführt. Ein Hauptauslass, zwei Nebenauslässe. Die Nebenauslässe verlaufen noch innerhalb der Bohrung für die Stehbolzen, haben aber eine spezielle Kontur, dass sie immer den gleichmäßigen Querschnitt haben und so auch effektiv arbeiten können. Damit kommen wir gleich zum Auslassflansch, denn der ist bei diesem Zylinder geschraubt. Das ist der Flansch. Hier wird dann mit einer O-Ring-Dichtung abgedichtet und er kann hier aufgesetzt werden, verschraubt, wenn man die richtigen Löcher nimmt. Und hier haben wir noch Stehbolzen, an denen später der originale Auspufflansch verschraubt werden kann. Ich zeig das mal ganz kurz. So sieht der originale Auspufflansch einer T5 aus. Und der wird hier reingesteckt, dichtet über diesen Konus. und wird mit diesen beiden Stehbolzen verschraubt. Das ist bis dahin alles ein sehr schönes System. Das einzige Problem ist, der Krümmerdurchmesser einer originalen T5 ist auf 125 Kubik ausgelegt. Funktioniert trotzdem alles sehr gut, aber wieder wer mehr will, kann diesen Auspufflansch auch abnehmen und kann einen eigenen Flansch hinbauen mit einem größeren Durchmesser, wenn man weitere Tuningmaßnahmen realisieren möchte. Ein ganz wichtiges Teil für diesen Zylinder ist natürlich die Kurbelwelle. Theoretisch lässt sich jede 60 mm Kurbelwelle mit 115 mm Ploy verbauen. Allerdings gibt es nicht sehr viele am Markt. Wir haben glücklicherweise eine Drehschieberkurbelwelle, die funktioniert auch wirklich sehr gut. Was sich natürlich viele jetzt fragen, warum 115 mm Ploy? Die original T5 hat 105 mm Ploy. Ganz einfach. Das Problem ist, der Sprung von 52 mm Hub original auf 60 mm Hub ist relativ groß und das Ploy würde dann relativ kurz im Verhältnis werden. Man sagt über den Daumen Hub mal zwei gleich Ploy Länge, damit das ganze auf Vibrationsarm läuft. Also wir sind auf 115 mm gegangen. Das war auch recht erfolgreich. In unseren Tests läuft dieser Zylinder sehr Vibrationsarm. Einen ganz kleinen Haken hat das längere Ploy natürlich. 10 mm mehr Ploy Länge plus mehr Hub ergeben 14 mm mehr, die der Zylinder weiter oben sitzt. Das führt dazu, dass die Zylinderhutze, die Kühlhutze nicht ohne weiteres passt. Aber auch da haben wir eine Lösung. Wir haben zum Glück diese Adapterbleche im Programm. Die waren ursprünglich für unseren BFA 306, aber erfreulicherweise passen sie auch hier ganz genau. Und zwar kommen die zwischen Lüfteradabdeckung und Kühlhutze und schon passt das Ganze wieder. Das Ganze haben wir in Stahl und hier haben wir sogar noch eine Version in Carbon, wer auf jedes Gramm achtet. So, kommen wir noch zu Kopf und Kolben. Ich mache hier mal ein bisschen Platz. Der Kolben ist erstmal nichts spektakuläres, aber er ist mit zwei 1 mm Stahlringen versehen und mit einem bikonischen Kolbenbolzen. Also alles State of the Art. Interessanter wird es beim Kopf, denn der greift 1,5 mm tief in die Laufbahn ein. Dadurch ist er immer perfekt zentriert. Jetzt wollen wir natürlich noch wissen, was das Ganze kann. Also gehe ich mal wieder rüber zu Nikos T5 und wir stellen das Ganze auf den Prüfstand. Das hier ist also Nikos T5 und wie man gut sehen kann, ist der Motor schon einiges gelaufen. Ungefähr 4.000 bis 4.500 Kilometer. Davon allein über 2.000 Kilometer mit dem Serienmuster von unserem Zylinder. Das Ganze ist ein sehr einfaches Alltags-Setup. Natürlich unsere 60er Welle verbaut, Zipro 3.0 Auspuff, statische Warpbezündung. Ansonsten alles serienmäßig. Und jetzt schauen wir mal, was das Ding nach über 2.000 Kilometern noch auf dem Prüfstand abliefert. Dafür schraube ich mal wieder die Kühlbleche drauf und dann geht's los. So, Roller ist auf dem Prüfstand verzurrt. Jetzt machen wir mal eine Messung. Das sah doch ganz gut aus. Jetzt wollen wir uns mal die Ergebnisse anschauen vom Prüfstandslauf. Und ich habe hier mal die letzte Kurve aufgerufen. Da sind das 23,1 PS am Hinterrad. Ich persönlich finde das sehr gut. Für einfach nur Zylinder drauf gesteckt mit Kurbelwelle. Dann Zipro 3.0 Auspuff drunter. Rest Original. Ich bin damit sehr zufrieden. Das Ganze hat auch einen sehr schönen geraden Anstieg hier. Peak bei 6.900. Wir können mal aus Spaß auf die Motor- oder Kupplungsleistung umschalten. Das ist das, was eigentlich auch immer die offiziellen Angaben sind. Das sind das 25,5 PS. Wir gehen mal wieder zurück aufs Rad. Wir haben den Zylinder natürlich auch gemessen, als wir ihn drauf gebaut haben vor einem Jahr. Und da waren es. 0,3 PS weniger, aber eine identische Kurve. Die 0,3 PS liegen locker in der Messtoleranz oder in der Tagesform. Also man kann sagen, der Zylinder oder der Motor läuft noch wie am ersten Tag. Eine dritte Kurve, die ich hier vorbereitet habe, ist Nikos altes Setup. Also, er hat vorher einen sehr beliebten Tuning-Zylinder auf seiner T5 gefahren. Fabrikat möchte ich hier nicht nennen. Natürlich mit 52er Welle, also weniger Hubraum ein Eckchen, aber auch mit Zipro 3.0. Ansonsten gleiches Setup wie jetzt verbaut. Und das Ganze sieht dann so aus. Die blaue Kurve ist also sein altes Setup. Der Zylinder war vielleicht ein wenig verbraucht. Geben wir ihm mal 1 PS mehr. Wären 16 PS vielleicht. Ich muss sagen, das Ganze ist ein Ergebnis, mit dem ich wirklich sehr, sehr zufrieden bin. Ich hoffe, ihr seid genauso zufrieden mit diesem Video, denn das ist jetzt vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und generell immer den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.